In den heutigen Vivi-News die Platin-Moment-Drop-Details sind draußen mit sogar einem richtig großen Special dazu. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Drop ganz genau an. Und ich habe auf jeden Fall eine Sache bzw. einen interessanten Fakt für euch, wie ihr auf jeden Fall Minz finden könnt. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Stein Captain, dein Vivi-UG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen würde ich sagen, starten wir an dieser Stelle heute auch direkt ran ins Video. Wenn dir aber natürlich mein Kanal gefällt und du in Zukunft mehr zum Thema Vivi wissen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du definitiv kein neues Video mehr von mir. Jetzt würde ich aber sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Und starten tun wir, wie gesagt, mit den Drop-Details und zwar nämlich zu den Platin-Moments. Und die werden nämlich schon jetzt am Mittwoch droppen um 16 Uhr deutscher Zeit. Ganz wichtig, nicht 17 Uhr, sondern 16 Uhr. Und jetzt schauen wir uns mal an, was bekommen wir denn hier überhaupt. Wir haben insgesamt das Ganze natürlich wie immer im Blindbox-Format ganz klar. Außerdem ist das Series 1, das heißt, wir können hier auf jeden Fall auch noch mit weiteren Serieses rechnen. Auf diesen Artikel hier gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein. Aber erstmal schauen wir uns hier die Collectibles an. Natürlich sehen wir hier als Uncommon Mickey Mouse. Das war natürlich schon klar, das haben wir auf dem Farben ja schon gesehen. Listenpreis pro Blindbox wird hier an dieser Stelle 60 Gems sein. Und eine Editionzahl für Mickey an dieser Stelle von 4100 Editions. Das Ganze ist keine First Appearance, da wir ja Mickey tatsächlich schon öfters auf Vivi als NFT haben. Dann haben wir hier einmal Donald Duck. Das Ganze wird als Rare rauskommen. Das Ganze wird natürlich auch wieder einen Listenpreis von 60 Gems haben. Und eine Editionzahl von 3100 Stück. Dann haben wir auf jeden Fall hier das nächste Collectible. Und das ist nämlich Mini Mouse. Und da wird es dann nämlich schon interessanter, denn das Ganze ist nämlich eine First Appearance an dieser Stelle. Unter anderem ist das ganze Collectible eine Ultra Rare. Und wir haben hier eine Editionzahl von 2100 Stück. Also tatsächlich relativ wenig für eine First Appearance. Als nächstes haben wir dann hier unten einmal Dumbo. Und damit habe ich persönlich überhaupt nicht gerechnet. Wir sehen das Ganze hier aber als Secret Rare und mit einer Editionzahl von 1100 Stück. Und natürlich auch einer First Appearance. Und ihr habt jetzt gerade eben schon gesehen, da war noch so ein anderer Artikel. Und da kommen wir jetzt nämlich zu dem Utility oder auch zu der neuen Burn Mechanik, die jetzt hier eingebaut wurde. Denn es wird nämlich einen Burn Mechanismus geben. Denn es wird nämlich auch einen zweiten Drop geben. Und der wird nämlich eine Woche später am 29. März um 17 Uhr in deutscher Zeit stattfinden. Ganz wichtig, 17 Uhr. Denn dort sind nämlich dann hier auch in Deutschland die Uhren umgestellt. Denn die Uhren werden hier am 26. umgestellt. Dementsprechend ganz wichtig beachten. Hier schauen wir uns jetzt aber einmal an, was ist denn das Ganze überhaupt. Und zwar haben wir nämlich einen Potion Drop. Und zwar im Prinzip eine Flasche, die uns einen Wunsch erfüllt, wenn man so möchte. Und das Ganze wird erstmal so aufgeteilt. Wir haben hier eine Flasche und an der kann man teilnehmen, an diesem Drop. Und dieser Listenpreis wird hier an dieser Stelle 30 Gems betragen pro Potion. Insgesamt gibt es 1923 Editions. Das Ganze ist eine Secret First Edition. Im Prinzip ein ganz normales Collectible. Aber dieses Collectible hat noch einen extra Zusatz. Und zwar kann man das Ganze nämlich burnen für ein Poster. Ganz wichtig, man braucht aber neben dieser Potion hier auch eins von diesen Collectibles. Und wir schauen uns das mal an. Was würde man zum Beispiel denn hier bekommen? Sagen wir mal, wenn man jetzt hier einen Mickey hat und eine Potion. Dann hat man nämlich hier die Möglichkeit, ein Poster zu bekommen. Wenn man diese Potion burnen und zwar an dieser Stelle zum Beispiel das Mickey Poster. Was ganz wichtig ist, ihr braucht für jedes Poster auch immer das Collectible. Also ihr braucht im Prinzip die Potion und dann da sozusagen dazu das zugehörige Collectible. Also für das Mickey Poster braucht ihr Mickey. Dann hier einmal für das Donald Poster braucht ihr Donald und so weiter und so fort. Dann haben wir hier einmal das Donald Poster. Was ich persönlich allgemein sowieso sehr, sehr cool finde hier bei diesen Postern. Und ja, das ist das Mini Poster. Und dann als letztes haben wir hier unten noch einmal Dumbo. Ich muss persönlich sagen, mir gefallen diese Poster extrem, extrem gut. Und die Edition Auflage wird sich hier bei den Postern danach richten. Natürlich wie viele Potions hier auch wirklich verwendet werden. Und dann im Prinzip geburnet werden. Dementsprechend so viele gibt es dann auch auf dem Markt. Ich gehe persönlich aber davon aus, dass relativ viele hier auf jeden Fall ihre Potion burnen werden. Einfach um so ein Collectible zu bekommen. Denn die Poster sehen wirklich schon sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Falls ihr noch weitere Fragen habt zu diesem gesamten Job, stellt es mir auf jeden Fall gerne in den Kommentaren. Und jetzt würde ich sagen, springen wir auf jeden Fall zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist an dieser Stelle hier der Platin Moments Blog Reveal, der gestern Abend war. Und da war nämlich ein Austausch mit Alex G, dem Marketing Manager. Und ja, da gab es aber eigentlich nicht wirklich viel Relevantes, was da drin besprochen wurde. Im Prinzip eigentlich nur, dass hier diese Burn Mechanik, die jetzt eingebaut wurde für den Platin Moments Job, dass das Ganze auf jeden Fall erstmal so ein kleiner Testlauf ist, um zu schauen. Was kann man denn noch so alles bauen für Lizenzgeber? Und im Prinzip wird damit auf jeden Fall erstmal eine Menge Erfahrung gesammelt. Außerdem wurde nochmal kurz geklärt zum Thema mit den Flaschen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch auf dem Secondary Market kaufen, um das dann sozusagen zu kombinieren. Wenn ihr bei dem Platin Moments Job erfolgreich wart, aber bei dem Flaschendrop nicht, dann könnt ihr das immer noch auf dem Secondary kaufen. Und ich gehe aber sehr stark davon aus, dass das Ganze wirklich auch relativ teuer sein wird. Was ich außerdem gerade vergessen habe noch zu erwähnen, ihr habt insgesamt vier Wochen Zeit, hier diese Potion einzulösen, beziehungsweise am besten vor dem 26. April, denn dort wird das Ganze geschlossen. Ihr könnt dann das Collectible natürlich noch halten, das wird euch nicht weggenommen, aber ihr habt dann nicht mehr die Möglichkeit, hier auch ein Poster zu bekommen, wenn ihr die Potion burnt. Im Anschluss würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall mal den kommenden Comic Job an und das Ganze wird nämlich Adventure Into Fear Hashtag 19 sein mit der First Appearance von Howard the Duck. Das Ganze wird am Donnerstag, dem 23. März um 16 Uhr deutscher Zeit dropen, natürlich wie immer mit exklusiven Rare und auch Ultra-Covern und im Blindbox-Format. Das sind einmal hier die Cover, die wir auf jeden Fall sehen werden. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der ganze Job laufen wird. Ich persönlich werde ihn aber nicht mitnehmen. Und auch die Daten von Go Collect sind nicht allzu viel Versprechen. Hier haben wir eine 9.8 für 4.400 Dollar, das ist schon ziemlich viel. Aber wenn man sich hier auch wieder anschaut, wie schnell das Comic hier runterfällt vom Preis, dann ist das eigentlich schon ziemlich offensichtlich, dass das hier einfach teilweise Verkäufe sind, weil hier einfach sehr wenige von diesen 9.8 dann existieren. Und ja, wenn man sich das anschaut, hier bei der 9.0 127 Editions, die es dort gibt. Und insgesamt haben wir hier 325 Dollar pro Stück. Das ist halt schon ein ganz schöner Preisverfall und dementsprechend für mich persönlich kein Drop, den ich mitnehmen werde. Ansonsten gab es außerdem noch ein kurzes App-Update, deswegen unbedingt eure App updaten, dass ihr immer up-to-date seid und auch keine Fehler habt in der App. Hier kommt auf jeden Fall nicht wirklich viel Neues dazu. Im Prinzip nochmal so ein bisschen MCP-Updates minimal, aber auch wirklich nur. Und ansonsten gab es hier auch, was das Thema App und auch Web-App angeht, nochmal ein kurzes Update. Aber nichts Weltbewegendes an dieser Stelle. Dementsprechend würde ich sagen, springen wir auch direkt zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist an dieser Stelle die Vault-Value-App. Und hier habe ich auf jeden Fall ein bisschen was mit euch zu teilen. Das hat mich ein Zuschauer darauf hingewiesen, dass man ja mittlerweile auch bei Vault-Value hier seine Mints suchen kann, beziehungsweise Mints generell suchen kann, um dann sozusagen zu schauen, okay, wer hat die, kann ich mit dem theoretisch traden, um dann zum Beispiel mir hier die Matching-Mints zu holen, zum Beispiel für ein Set und so weiter und so fort. Und ich werde dir jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Als allererstes müsst ihr euch natürlich hier erstmal die Vault-Value-App downloaden. Wenn ihr das Ganze dann offen habt, dann könnt ihr hier zum Beispiel auf ein Collectable draufgehen. Wir nehmen uns zum Beispiel jetzt mal Jake the Dog. Und dann geht ihr hier oben auf More. Und dann könnt ihr da oben auf Token Hunter klicken. Und dann habt ihr sozusagen die Möglichkeit, hier nach dem Mints zu suchen. Wir suchen zum Beispiel jetzt mal die Mint 200. Und dann könnt ihr uns das sozusagen rausfinden lassen. Und wir sehen dann hier auf jeden Fall einige Dinge. Zum Beispiel einmal, dass dieser Account hier auf Vibi ist, wann das Ganze gemindelt wurde und so weiter und so fort. Und welche IMAX-Adresse das hat. Da kann man auf jeden Fall dann schauen, ob man dann den persönlich irgendwie erreicht oder rausfindet. Und man hat ja anscheinend sogar die Möglichkeit, wenn man hier bezahlt, noch ein paar Extras zu bekommen. Beziehungsweise dann auf jeden Fall das Ganze auch wirklich näher einzusehen. Das habe ich aber an dieser Stelle leider nicht. Deswegen muss ich euch das leider hier verwehren. Aber auf jeden Fall kann man hier auf IMAX dann direkt nachschauen. Und eventuell ja irgendwann hier auch direkt ein Angebot machen über IMAX. Das ist ja tatsächlich hier schon da mit dem Button. Ist aber zum Momentan-Zeitpunkt leider noch nicht verfügbar. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gib dir das ganze Video doch sehr gerne ein Like. Und ansonsten wünsche ich dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmiddag. Guten Abend. Bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.